Hi. Hallo. Hallo. Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und hab's anguckt und ich weiß jetzt hier, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Warum geht's? Ich, ach, ich bin seine Schwägerin. Ich, ach, ich bin seine Schwester im Musical-Raum. Ich bin seine Schwester im Musical-Raum.